Willkommen, meine lieben Freunde, zu Zombie Army Trilogy Folge 24, wie immer mit Ingrim und dem Jumbo. Hallo! Ah, hallo! Uh, so, da lag er gerade im Dreck. Okay, letzte Folge... Hey, hey. Letzte Folge sind wir zum Wolterschloss vorgedrungen. Und ich würde sagen... Huh, es blitzt. Huh, das war gut. Wir machen weiter, ne? Ja, wir rücken weiter vor. Wir rücken weiter vor in Hitlers Wolterschloss. Wolterschloss. Huh! Huh, was passiert da? Oh, oh, oh. Oh, die sind alle gerüstet. Okay. Okay. Oh, guck mal. Schöner Double-Kill. Aber du musst den ersten Helm abschießen, ne? Boah, das ist ja... Oh, was? Der ist noch ein dicker. Was ist denn bei dem verkehrt gelaufen? Was war denn das jetzt? Ich habe jetzt irgendwie so Richtung Hals geschossen. Ich habe zwischen die Augen, also in den Augenschlitz gezielt. Ich weiß nicht, ob das wie geklappt hat. Ah, ich glaube, wir sollten hier den Sprengstoff aufnehmen, oder? Das ist irgendwie hier... Ach, guck mal, wir sollen... Ah, Sprengstoff platzieren. Natürlich. Ah, wir gehen bis hinter Türchen. Huh, hinter Türchen, ähm... Knack beim ersten Öffnen. Huh. Achso, vielleicht draufschießen, oder so? Warte mal. Ah. Natürlich, natürlich. Ziel erreicht. Okay. Oh, ja, hier... Ah, ist Luka Munitionieren. Ah, ja, okay. Ah, Luka Munition, das ist wichtig. Ich nehme mal Waffen, Granaten. Okay. Ich nehme schon mal die Preacher in Anschlag, beziehungsweise... Was ist denn hier los? Oh, aua! Damage bekommen? Hilfe hin! Ja, ich glaube, dass es eingebrochen ist, okay. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt hat nicht der ist was. Nee. Ach, das wäre witzig gewesen, aber irgendwo kommt Zombies. Die Zombies kommen da unten irgendwie aus dem Wasser oder so. Oh, ich glaube, ich bin runtergefallen. Ah, Mama. Ja, das... Ich hätte das übelst gefallen, wenn das so ein Geheimgang gewesen wäre. Das wäre jetzt witzig gewesen, ja, doch. Kommen von der anderen Seite auch Leute? Oh, die laufen einfach aus dem Wasser raus. Hallo, Stimm. Hier, mir hört sich gerade die Musik an, als würde sie ein bisschen lecken. Wow. Aua. Was war das? Ähm, weiß ich nicht. Alter, hart viel Schaden bekommen. Ach, guck mal, hier, die kommen... Wir können da nicht rein, aber die Zombies kommen da raus. Anlass ich daran, weil direkt neben dir ein Selbstmulder gespawnt ist, glaube ich. Uuuhh. Ähm, maybe. Oh. Achso, die kommen da hinten durch, natürlich. Boah, das ist aber fies, dass die da so hinter... ... im Rücken von uns spawnen, die Typen. Stirb, Alter. Richtig mies. Okay, ich habe kaum noch Munition. Ah, wie praktisch, sie kommen alle zu mir. Ja, weil ich nichts treffe. Aber gut, dann wird es wohl gleich Zeit für Preacher Action. Versuch hier mal, möglichst viele mit einem Schuss kaputt zu machen. Oh, toll, das war mal einer. Aua, 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 aua. Na. Na, Mist. Okay, jetzt kommen sie zu dir rüber. Ich werfe einmal eben eine Granate hin. Nein, wirf keine Granate zu mir. Ja, natürlich direkt zu dir. Achso, okay. Okay, ich habe nichts gesagt, das ist cool. Ich glaube, das war der letzte, oder? Nicht, unten war da einer. Achso. Hoppala. Oh, da links kommen selbst meine Lüftsprecher. Achso. Ähm. Ich wollte... Selbstreden, hä, was kommt da jetzt für kom... Ach, guck, ach, die haben... Da ist ein Weg. Ja, jetzt ist der Weg frei. Okay, warte mal, wir lassen uns mal im Quotienten gucken, ob hier noch vielleicht noch was ist. Ja, vielleicht ein Goldbarren oder so. Genau. Nach wie vor müssen wir Goldbarren sammeln. Okay, hier kann ich mir nicht... Ich habe mir Angst, da reinzugehen. Ach, mein Gott, das ist ja nur Wasser. Aber man kann auch gar nicht reinlaufen. Ah ja, okay. Wie ist das, wusste ich eigentlich nicht? Wahrscheinlich können die beiden nicht mal schwimmen. Nee, da würde ich nicht von rausgehen, dass sie schwimmen können. Ähm. So, ich gebe mir den Weg hier lang. Nee, nicht eine Flinte. Naja, gehe wieder mal lang. Das sah ein bisschen komisch aus, wie das so aus dem Boden kam. Hier ist eine Bombe im Gang. Ah ja, sehr praktisch. Gucken wir hier noch weiter? Nee, natürlich nicht. Na gut, dann wird das gleich nicht so uns einstürzen. Wahrscheinlich, ja. Hätte sich auch geil aus. Bond hat wieder einer. Achso, hier liegt noch ein bisschen mehr. Ich hätte irgendwie so ein bisschen Angst, hier lang zu laufen, ne? Ja, auch. Oh leu, was ist das denn? Ah. Ah, natürlich. Natürlich einen Sarg untersuchen, ne? Ach, guck mal, hier oben geht es zu einem Safe Point. Ne, wie heißt das nochmal? Der Triosor-Raum. Genau, der Triosor-Raum. So war das. Schön in so eine alte Krypta gehen. Ja, es macht Spaß hier drin. Ist cool. Ach, guck mal, hier liegen überall Ritter rum. Hm, ob die nicht aufstehen? Kann man hier ab, man kann draufklettern. Und den ich jetzt schon? Ist ja ganz geil, wenn man jetzt schon wegballern könnte. Nein, kann man natürlich nicht. Aber hier liegen überall Leichen rum, ne? Ja, also das wird auch witzig gleich. Ein Schell wäre böses Ding, du hast. Ich untersuche hier mal den da, er sagt, ne? Oder willst du zu mir jetzt rüberkommen? Ja, lass mich mal jetzt lieber rüberkommen. Ich möchte hier nicht so abgeschnitten werden. Oder willst du vielleicht da oben stehen? Weiß nicht, vielleicht ist das Christa. Ja, doch, ich bleibe hier oben stehen. Das ist eine gute Idee. Ich untersuche mal. Ah. Aha, oh, er löst sich auf. Ach, guck mal, wer denn damit gerechnet? Die stehen hier alle auf. Wow, 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 wow. Okay. Okay, okay, okay. Ähm, warum? Okay. Das ging ja sogar noch. Ja, hier wird mehr. Ah, gut, da kommen wir aber noch mehr. Er bleibt mehr. Was liegt denn da drin im Sarg? Ich kann das von dir aus nicht sehen. Da lag so ein Typ halt, so wie hier draußen rumliegt. Ah, okay. Und noch eine Killcam. Noch eine Killcam. Warum ging es gelettet? Vorsicht auf der anderen Seite, kommen die zu dir hoch, ne? Ja, habe ich gesehen. Okay, sehr gut. Ach, guck mal, Killcam ohne Ende. Oh, jetzt kommen die Dicken. Ach, die haben ja keine Helme. Zumindest. Manche haben einen Helm. Okay, ja. Aber man muss ja eh nicht auf den Helm schießen, ne? Ist das Problem. Toll, danke. So, ihr kleinen Pfeifen, ihr kriegt eine Granate ab. Ah, okay, die sterben da nicht von. Das ist ganz klar. Oh, oh, lol. Okay, was ist mit der Preacher? Was sagt ihr zu einer Preacher? Ah, nicht viel. Okay. Also, ihr habt nicht viel dagegen, so. Oh, die Flinte ist halt eine sehr gute Waffe gegen sie. Die wer? Die Flinte. Ja, ja, ich habe auch gerade mit der Preacher draufgeballert. Hä, das doofe ist halt, man muss halt voll auf Gegenschießen, bis das Rüstungsteil abfällt, ne? Aber anscheinend egal mit was. Okay, bei mir sind alle tot. Ja, bei mir auch. Ah, hier geht's weiter. Okay, ich komme. Finde einfach... Oh, lol. MG-Zombie, MG-Zombie. Oh, fuck, 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 okay. Fick die Wand an. Okay, hier hat man auch so viel. Aua, aua. Wie kann man auch so gut abhauen? Wo ist er denn? Ach da. Helm ist ab. Ähm. Okay, der wackelt mir zu viel. Jawohl, guck mal. Ah, easy. Ich bin nur zweimal draufgeschossen, aber ich habe den letzten Schuss gemacht. Äh, easy, ne? Also ich... Cool, die kommt ja da einfach so rausgestapft. Ja, einfach... Bum, bum, bum. Hey, ich gucke lieber noch mal rein, bleib stehen. Ja. Wo ein MG-Zombie ist, da kann der Zweite nicht weit sein, ne? So, man gebe mir Munition. Das könnte natürlich sein. Ah, this is better than remaining in myself until the dawn. I thank you for your listening. No one deserves anything like that. But now it is time. Goodbye, my friend. Goodbye. Bye. Leblose Körper fallen gegen Flaschen. Ja. Ah, hallo Freunde. Okay. Keine herzige Bock, dientz, dientz. Oh lol. Er wieder. Oh, 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 oh. Vorsicht hinter uns und vor uns. Also vor uns sowieso. Oh, okay. So. In engen Räumen immer in die Flaschen benutzen. Oh, man kann ja die Tür öffnen. Ah, hallo, da sitzt du? Ach, da steht einer. ok und das gehört er sagte danke sehr selbstredend auch wir können nicht raus aber der helme schon ab ja dann ich will eine granate stehen aber so lange räumen ist glaube ich der ist immer noch besser der mg-zombie als der kettensäge zombie astro alter monstern kennst du dich echt aus kann man jetzt hier was machen noch einer sehe ich gerade hier hängt auch noch jemand hier sind hier noch mehr türen die man aufmachen kann ich habe den gefängnisschlüssel gefunden ach geil ach so hier war der drin okay wo dann der mg-zombie der bösewicht der sie geholt hat und gefressen hat die tür leckt sich einfach auf kann man jetzt noch mal mit dem oder hier sind wir auch gerade reden man muss noch mal mit dem reden hier stand es ja ich komme schon klar das ist immer so geil so extra die begründung damit man die nicht wegbringen muss ja ich schaff das schon so okay ich frage mich wie aber egal viel viel geiler war einfach so die tür geht auf und er bleibt sitzen und warte bis bei ihm geredet hat er möchte noch mal extra angesprochen werden auch hier lebt noch wer steht man alle auf okay das ach so mal lecker guck mal jeder gerüstet den koch einschalten den koch einschalten der andere leuchtet nur in der rückgarten ach granaten war ich auch ständig drauf ach guck mal hier ist einer mit dem cowboyhut und so was war das was soll das irgendwo eine anspielung auf irgendwas sein wenn ja verstehe ich sie nicht das sah so aus wie das zeug was ja beschwöre immer ja so ein bisschen könnte ich hätte recht lang wenn ich könnte hier hinten die tür öffnen ein lagerraum der bauch verdammt nett hier aus schön ja wir wollten also wirklich das sind solche kühlräume denke ich mal oder sieht so aus na lecker jungs ausbluten lassen lecker 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 okay sonst hier noch was aber da hinten noch was ach leiche durchsuchen nee das wollen wir nicht ich glaube sonst nicht nö komm weiter naja das ist dann habe ich ja ok war es ja oder hey stop mal müssen wir müssen die bekämpfen ich hatte das wäre nur so wie so eine traumszene ich würde sagen erst mal die totenköpfe ja das war nicht was sie bringen aber ok ich dachte das würde wieder so eine traumszene so ja da passiert jetzt sowieso nichts ja dachte ich auch aber diese ganzen dicken sind echt unnötig oh lol abgeprallt vom zombie was musst du denken wenn ich hier umtreten du muss ich jetzt auf jeden Fall kein kopf mehr ja kein helme irgendwer gerade gesagt help me oder habe ich mich verhörert ah ne ja ja sie wollen mich wohl man kann sie nicht mehr umtreten ach bitte lebt ihr immer noch ja okay jetzt nicht mehr irgendjemandem sollen wir helfen der hier oben ist ja da oben steht einer oh zu spät achso schade ich kann sagen ich renne hier gerade hoch äh ok die was ist los ne weil der typ hier ist gerade rausgelaufen aus seinem bild also ich dachte das wären Bilder ja sehr geil was ist das denn jetzt hier schon wieder für ne scheiße Thron Thron und Koffer what the fuck ach da liegen aber Körperteile dran ja natürlich das ist klar na was sollte da auch sonst transportiert werden ich fühle mich hier nicht wohl das verstehe ich nicht da habe ich aber wirklich überhaupt kein Verständnis für Lass mal hochgehen da oben müssen wir gleich auch hin das ist ein rotes na gut das ist ein rotes na gut das ist ein rotes ah ok ähm ok ach so dem Pentagramm folgen ne ja klar hier passiert doch gleich wieder irgendwas komisches ja wir können nicht durch ahja hier kommen Zombies aus dem Marmorboden und da hinten ist ein MG-Zombie jo und ein Feuermagier alter ist der Feuermagier da scheiße ich habe jetzt glaube ich noch einmal auf den Feuermagier schießen können boah die kommen hier halt einfach aus dem Boden raus das ist ein bisschen ekelig boah aber warum kriege ich hier Schaden wegen dem Feuerball so hä sehen wir noch nicht tot der Typ ach oder ich verblute warum auch immer scheiße 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 weil der MG-Zombie direkt neben mir stand ne ne der konnte nicht auf mich schießen alter geh doch bitte aus mir raus du kack-Zombie weil da zwei MG-Zombies sind was zwei ich weiß es nicht oder das ist immer noch der eine ne das ist immer noch der eine ok jetzt vermute ich renn renn erstmal ne Runde und WFMG ach WFMGs genau wir fahren mit ein paar MGs um dich nein ach Mist der steht hinter der Säule der Feuermagier wir zwingen die Wächter 1 und 2 ok ist der eine tot der Boy ich versuche jetzt hier den Feuermagier kaputt zu machen ja er ist tot nice ich habe ihn kaputt gemacht mit der Pistole jo ich komme ja wohl in 30 Sekunden hast du noch geil boah guck mal das war aber auch ganz schön close moll ich hatte kurze Panik äh ja ich auch als du dann so tot warst ah jetzt ist da oben auch ne ist doch nicht frei ok ne wir müssen doch noch jeden anderen dann machen wir das mal ja ich komme wow oh Hilfe ne sagst du denn ja ja ok Preacher mag er nicht weg von ihm das ist auch ein ganz schön fettiges Schloss hier aber cool gemacht eigentlich ja wieder sehr stylisch auch wieder da leuchtet es rot ne doch nicht ne können wir durch ach guck mal was ist denn hier los Schlüsselsteine aufnehmen ach guck mal Hitler mein Gott ich nehme den auf ne äh machen wir ja hör du ah natürlich was ist denn jetzt los was ist denn jetzt los schaffer Expedition report success wenn wir die restlichen Materialien werden wir bereit zu beginnen mit um dann nach 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 15 durch melde untersuchen Ah, wieso hat denn der einen Tresorraum? Das ist gar kein Tresorraum. Doch, doch. Oder doch nicht? Was zum Fick doch? Mein Werk wird last so funkt wie verendet. Den ersten Freiwilligen? Wie bitte, was? Da ist ja irgendwas drin, ne? Ach, mal, Verwaltungsofen aktivieren. Ah ja. Ah ja. Jetzt ist Scheidequim Verwaltungsofen kaputt. Gut. Okay. Oh, die Musik. Richtig cool. Die verrät schon wieder so viel. Ich habe irgendwie Angst. Aber es ist geil, ne? Die Musik macht einem Angst. Oh, loo. Okay. What the fuck? Alter Verwalter, was ist denn hier los? Sieht aus wie eine riesige Tesla-Spule. Ne, das kennst du von Frankenstein, wie der das Ding wiederbelebt? Achso, wenn er das hochfährt. Ja, und er jagt da einfach jeden mit Gedärme durch. Schöne Sache. Mein Gott, das sieht doch so krank aus. Los, bauen wir uns eine Grube mit Gedärmen und jagen da einfach Blitze rein und ein komisches Schaufelrad oder wie auch immer. Ja, vielleicht kriegen wir da irgendwie was Lebendiges raus. Das wird auf jeden Fall klappen. Ja, hey. Obwohl wir gerade dabei sind, den Krieg zu verlieren, sollten wir da jede Menge Ressourcen reinstecken. Das haben sie sich gedacht, bestimmt. Genau so. Genau so haben sie sich das gedacht. So, alle tot? Okay. Alle tot und ich sage mal, Folge vorbei. In dem Sinne, haut rein. Genau, nächste Folge geht es dann weiter. Mal gucken, was das hier alles so auf sich hat. Und ja, bis zum nächsten Folge. Ciao, Leute.